Auf beiden Seiten, liebe Herren. Oh, schönes Anspiel! L.A. Juppter! Berlin in Überzahl, 5 gegen 4. Spielen sie clever aus! Ryan ins Spiel. Er zählt. Patrick Miller. In der C. Adesity Stirlation. Ist Wahnsinn, ich glaube, das habe ich in dieser Saison noch bei keiner Mannschaft erlebt. Und wieder im Spiel aufbauen. Clifford ist es! Die Siegerutsche im Spiel, die der C. Das ist der Leisheimer. Auch die Kleisheimer sind da ja sehr veranlagt. mit dem stil gegen täler matisek sie das seifert gegen wagner spielt aber wagner hält die hand hoch und dann ein schöner passt in die zeit hat nicht der fliegt berlin einfach in der defensiven vor allem jetzt angezogen sie war wartet irgendwo muss ja ein großer kerner kommen sube tortsi zack na domači sastav bray 35 je da joan somers nie pogodius ist dekom napada i veci de brzakontera posto kom mit seiner neuen mannschaft zack pfurt wie es kring Alex King Bebaut klippert mit größenvorteilen klippert rugs gut dagegen aber klippert rugs gut klippert rugs klippert 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 Reket, 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 Reket. Trainer Hohenlohe seine Spiele verbracht. Beziehungsweise das könnte damals sogar noch in der Innenstadt gewesen sein. Bin mir nicht ganz sicher. Bitte nicht factchecken. Sie können aber auch Spielpunkte erzwingen. Playoffs, Baby. Zwei leichte Punkte. Das war's für heute. Halft mit einem schwierigen Dreier. Clifford gegen Murphy. Er dreht ihn zur Grundlinie und auch da... 3-1. Das war's für heute. Gut gespielt. Einfache Punkte. Für... ... Die Großherren gepunktet. Clifford im Lowpost gegen Booker. Dennis Clifford. Saibu. Für 3. Beziehungsweise das könnte damals sogar noch in der Innenstadt gewesen sein. Bin mir nicht ganz sicher. Bitte nicht factchecken. Noch ist das nicht das, was man sich wünscht. Und das ist ein Wurf vom Zonenrand. Scorer in der BBL sein kann. Und kommt hier von Clifford. Messerianer. Es ist schnell auf den Beinen. Und... Clifford aus der Halb. Ja, und so beschraft man von deiner Geschwindigkeit, dass ich kaum was verloren habe. Also ich glaube, die Nachlassung der Geschwindigkeit kann man durch die Anfangsphase. Da haben sie dann auch aus allen Rohren gefeuert, beide Teams. Extrem effizient nehmen wir in seinen Quoten, sondern auch in seinen Bewegungen. Offenes Visier jetzt. Clifford bekommt den Platz von Neumann und sagt... Sigma. Dreit ist. Clifford. Ja, schönes... Also wie das ganze Team, wie wir gerade gesehen haben, sogar 100% von der Linie David Bell bisher in dieser Saison. Dann ist Clifford. Dreit. Und Berlin riecht Lunte. Clifford. Zwei weitere Punkte. Schraubt sein Punktekonto auf 22. John Bryant. Und Clifford. Boah, jetzt wird es richtig deutlich. Was denn da los? Alba Berlin, 18 Spiele in Folge haben sie gewonnen. Daran erinnert sich... Der passt nicht schlecht. Aber ich glaube, Clifford konnte sich dann einfach nicht entscheiden, was mache ich denn damit? Und der war ja auch viel ein. Ja, der sitzt. Giffey. Gegen Falling. Macht er das? Ne, macht er nicht. Und der fällt. La Baby klingelt den Sigma, Clifford von den Körüphys, aber der 6.35 von dem Jump-Shoot. Stiebohr für Berlin. Clifford macht ihn von der Freiboh-Pinion. Keine Möglichkeit runter zu fahren. Zaebohr, Clifford. Zaebohr, Clifford von der Körüphys. Hermannsson, sehr gut, eine gute Passa zu Clifford, die mit Körüphys mit dem Körüphys. Die Flugkurve ist... Stark. Hermannsson, pick and roll mit Clifford. Der Körüphys für die Gäste. Teno, der stärker wird in diesem dritten Viertel. Wieder ein gutes Anspiel. Und Clifford... Pick and roll, Siva Clifford. Mit links abgeschlossen. Gar nicht einfach. Nice Pass and a big jam. Siva, er war neue Assistenzie. Science City Jena. Ja, dass man mit einem guten Gefühl aus diesem dritten Viertel rauskommt. Das wär's doch für die Gäste. Teno, der stärker wird in diesem dritten Viertel. Wieder ein gutes Anspiel. Und Clifford. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank, Williams! mit dem Ausgleich seine ersten Punkte Saibu in der Clifford oh, es ist ein super Pass in der Clifford und jetzt nimmt er mal den in der Lage ist Herrmannson und der Clifford hat er sehr stark für die St. Rose zu behalten Siever, Clifford er hat wirklich gut gefunden Das ist eine großartige Gefängnis. Das ist ein guter Weg, Siver, noch in da, geht es in Sigmund. Managet den Reversen, und dann die zwei-hattelung. Beautiful look from Sigmund, wir haben gesagt, wie giftig er ist. Hier ist Siver. Oh, ein schönes Pass in Sigmund. Und der Schluss in der Ende von Köln. Wir sehen es auch hier eingeblendet, die Gießner mit exzellenter Trefferquote über die Saison gesehen. Clifford aus der Mitteldistanz, das ist ein Mittelreute. Njihovoj Momcciadi, und jetzt ist Sili in der Togau, Bacio, Tritzo. Und hier ist noch etwas nach vorne. Das ist die nächste Pettoruk. Domaçina, die ein bisschen Bacio Bacio hat. Lässt viel Platz gegen Dennis Clifford. Das ist gut gespielt, und Dennis Clifford. Clifford, Nauru, Cimane, und Giffy, passend auf Clifford. Lock von Wagner auf Clifford, und...